Ja, wir haben den Verein Glückslokal e.V. gegründet, damit hier ungenutzte Gegenstände weiter genutzt werden, also weniger weggeschmissen wird und Gegenstände von anderen Leuten dann wieder genutzt werden. Man wird bei uns einfach Mitglied im Glückslokal e.V. Das kostet drei Euro im Monat und dann kann man sich bei jedem Besuch drei Teile aussuchen und einfach so mitnehmen. Inzwischen haben wir über 500 Mitglieder und also aus Kiel viele aus der Umgebung, aber auch teilweise aus anderen Städten, die extra dann hierher fahren. Und hier ist auf jeden Fall mal sehr viel los, wenn wir geöffnet haben.